lol wir waren ganz am anfang noch nicht hier an der stelle waren wir hier noch ein bisschen wasser ach so deswegen ein ballkerz so oder war da noch was dann waren wir hier noch nicht gut so erst mal das kollekt angezeigt was soll ist mal hier gut muss hier im bereich nehmen da raus genau da wollte ich hin einmal hier runter und dann hier hoch was das wasser zieht was das wasser zieht mein leben ab ja nicht ja 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 es war auch jetzt wird es da machen jammer alles aber schief hier 90 prozent keine ahnung wo noch was hier ist ist jetzt keine graue stelle hier vielleicht na egal jetzt machen wir was ist das denn hier darf man da vorüber flitzen das würde gehen hier war noch nicht da kann man vorbeigehen ha ha trifft mich nicht trifft es nicht ja 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 dann ja was ist das genau Fuck. Okay. ich glaube wir müssen hier später hin weil diese komische sandbälle haben irgendeine bewirkung ich weiß nicht wie oder was deswegen lassen wir es mal offen und würde ich sagen dann machen wir die hauptmission ich meine okay hier kann man auch noch wie lang was war denn da das problem und da wollte ich doch gar nicht mann was so doch alles gut so das man das problem okay ist ja auch diese sandpillpill was oh my god hä das ist nur nebensächtig hier ich sehe es gerade ja Dann wird mal lauter, ne? Achso, das war falsch. Hä? Wo kommt denn da jetzt Wind? Was ist denn? Hey, warum macht das denn nicht mehr? Uh... Ja 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 ja! Je habe hier? Hey Hä? Seht ihr das? Ich verstehe es nämlich nicht. Oder hinterm Tuch? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und jetzt? Ich verstehe es nicht. Jungen. Oh Gott. Oh Gott. Dein Herz! Von ganz, 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 ganz hinten. Der checkpoint ist echt scheiße. Gesetzt. Ich bin hinter! Hallo! Ich bin hinter! Hallo! Junge, ist das knapp. Scheiße! 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 Ich muss warten, bis der wegguckt. So, tatsächlich. Der ist ja mies. Oh! Ich muss warten, bis der wegguckt. Der ist jetzt. Alter! Wie schnell man sein muss! Scheiße! Der Marsch! Jetzt verstehe ich nicht, wo es sein könnte. Da ist Sand. Vielleicht müssen wir da gehen. Das verstehe ich nicht. Was? Was? Läuil! Was? Was? Was ist denn? Was? Läuil! Oh, Junge, 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 Alter, heilige Popeizze. Das ist ja viel Sanden, ne? Da muss man nur später hin. Boah, was für ein Arsch. Definitiv müssen wir ja später hin. Was gibt's denn hier? Besonderes. Hier können wir Schämen im Sand sehen, Ori. Eins war dies, die Heimat der Gorlek, ehe der Verfall sie unter die Erde trieb. Ob ganz nie so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können? Lass mich nennen. Was haben wir denn dabei? Windwüste. Kann man die hier einführen? Oh. Warte mal. Normal. 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 Steh drauf. Komm. Wieso kommt der eigentlich schon vorbei? Auah. Ja, das ist gut, da. Die ist auch nicht kaputt. Hallo. Aber man, warum trifft der mich denn immer? Ah. Nee. Das geht nicht kaputt. Okay. Ach guck, den Gorlek hat's. Immer jut, ne? Geht's hier runter noch. Oh, ich bin runtergeplasselt. Da oben ist auch noch was. Da. Hey. Oh! Scheiße Scheiße Was ist das da für mich? Warum kommt die denn doch direkt immer? Hä? Kommt aber nicht. Hä? 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 Ich schick jetzt gar nichts mehr. Verdammte Scheiße. Jetzt kommst du gar nicht mehr oder was? Hey, wieso? Ach, wenn man auf Sand? Behe ich nicht. Komm her. Komm her. Jump! Jump! Fuck. Hecke ich doch im Arsch. So. Ich möchte alle mal in Ruhe lassen. Mann, Mann, Mann. Heiß. Hä? Äh, selbst wenn ich da oben oben bin. Das ist ja voll für'n Arsch. Da geht ja gar nix. Komm, jump! Jump! Ah, gut! Jungen, jungen, jungen. Das ist ja sehr geil. Nein, das ist ja sehr geil. Dann geht die maybe gar nicht weg wie zu schicken. Also, ich kann nicht, wie auch einen Schraub finden. Was ist das denn hier? Das ist ein Kessel voller Sand. ok was habe ich jetzt da übersprungen sowas wegen dem sand aber da unten habe ich auch da sind irgendwie das sind verschiedene Wege kann das sein kann das sein gehen da zählen ach so das alles mit sand zu machen das geht noch gar nicht wie kann das sein mensch hey denn wie kann ich keine Geräusche mehr ne das ist nur so so ein ding was finde ich mit dem ton ne ich müsste auch weit mit dem cut machen hey wo kommen wir denn hier hin das ich würde sagen das machen wir alles in dem nächsten part haut rein bis dann ciao hey leute es geht da da haben wir haben veraxt irgendwas kann man noch mit den bällen machen aber noch nicht rausgefunden wie was ach da rechts war aber von der seite rein sagen wir gehen erst mal links oder ok jetzt kommen wir da lang ah ok und hier ist alles versperrt hier ist doch irgendwas golecker was ist das anders rein ne ja Was ist denn das? Aber ich fang jetzt mal hier an, ne? Yes. Wunderbar, letztes Gefecht. Statt im Mittendrin zu anzufangen, ne? Da oben kommt man auch um den Gang. Okay. Okay. Da kommt man noch nicht hoch. Ach voll. Oh nein. Nein, nein, keine Sorge. Ich bin dem Verfall entkommen, der von so viel meines Volksbesitzes ergriffen hat. Aber es gibt ein Problem. Du, du hast nicht zu viel etwas Wasser, oder? Oh nein. Oh nein. Aber hin und wieder ein Schluck frisches Wasser tut der Seele gut und meine Seele ist am verdursten. Okay. Das ist also neben mir Aufgabe. Eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Okay. So. So. Don't. Don't stop it. Don't. Don't. Don't stop it. Yeah. Oh. Wir müssen irgendwas mit dem Dingern machen, ne? Also da kommt man glaube ich nicht hoch. Da unten haben wir irgendwas noch. Oh. Ich bin doch blöd. Bleib ich da dran. So. Da gehts doch nicht weiter. Dann äh. Gehen wir doch hier weiter. Wie sieht es hier so finalmäßig aus? Was ist denn hier? Oh. Wir kriegen ein neues. Vielleicht kennen wir ja jetzt auch das, was wir auch bräuchten für den Sandkugel. Wühlen. Du. Okay. Okay. Dann haben die durch durch den Sand. Oh. Okay. Sowas. Okay. Nicht das, was ich dachte. Aber. Wie geil ist das hier mit dem? Das ist ja mega geil. Das ist ja. Holy shit. Wie ist ein Safe Point? Achso. Eine Herausforderung. Ja. Muss man nicht machen. Muss man nicht machen. Finde ich. Ist das geil. Oh scheiß Steuerung, ja? Das geht auf jeden Fall so auch. Man kann ja so farmen. Nice. War aber auch geschenkt, ne? Oder auch zum testen vielleicht. Warte. Ja, komm. Wir machen das zu. Oh. Genau. Okay. Das geht auch. Halle erschöpftes Wesen. Ich weiß nicht, ob Geilste Wasser brauchen. Aber wenn du doch dann fürchtest, wirst du anderswo wieder nach suchen müssen. Einige glauben an einen derartigen Klagenort gewöhnt, weil es nicht viel zu kategorifieren. Aber der Sand ist immer fort in Bewegung. Ich könnte keine, eine Karte nach der anderen zeichnen. Ja, wie sieht's aus? Für 300? Ja. Herzlichen Dank. So, bitteschön. Beim nächsten Mal kostet die 350. Ui, das ist noch einiges, ne? Das hat sich, glaub ich, gelohnt. Ah, okay. Dankeschön. Herr Lupo. Master. Das ist ja auch, wie man da durchkommt. Also.